Die Herausforderung von uns als Kirchermann ist, dass wir die Bedienung in einem modernen Haus so einfach wie möglich machen möchten. Viele Leute kennen die Situation, vier verschiedene Fernbedienungen auf dem Tisch, nur um Fernsehen zu schauen. Wir machen es mit einer App mit einem Fingerdruck. Das klingt gut, aber mehr Technik heisst auch, ich komme nicht so ganz raus. Ist das wirklich realisierbar, dass man hier einfach diese Sachen versteht? Wir integrieren die verschiedenen Systeme im Haus in eine Bedieneroberfläche und das führt dann dazu, dass man Licht, Storen und Fernsehschauen alles auf einer App bedienen kann. Intelligenz wohnen klingt gut, das heisst aber auch mehr Steuerung, mehr Computer, mehr Energie und das entspricht ja nicht unserem Zeitgeist. Das sieht auf den ersten Blick so aus, dass es Widerspruch ist, Lifestyle und Ökologie. Wenn ich aber eben eine Möglichkeit habe, zum Beispiel jetzt vor einer Messe aus Heide zu schauen und ich gesehen habe, vergesse, das Licht abzustellen, kann ich das jetzt mit einem Fingerdruck abschalten.